Heute ist unser Motto klein, aber oho. Es geht um den Star des Periodensystems, um den Stoff, aus dem die Sterne sind. In diesem Video geht es um Wasserstoff. Im Periodensystem findest du Wasserstoff unter H. Das ist die Abkürzung für lateinisch Hydrogenium, was in etwa mit Wassererzeuger übersetzt werden kann. Der Name ist auf die Experimente von Antoine Lavoisier zurückzuführen, der erkannte, dass beim Verbrennen des Gases Wasser entsteht. Wasserstoff befindet sich an der ersten Position im Periodensystem. Ganz klare Nummer 1. Hier steht er in der ersten Hauptgruppe, jedoch gehört Wasserstoff im Gegensatz zu den anderen Elementen dieser Gruppe nicht zu den Alkalimetallen, sondern zu den Nichtmetallen. Wasserstoff ist ein farbloses, geruchloses und geschmackloses Gas. Und zudem das leichteste aller Elemente. Dass Wasserstoff meist gasförmig und nicht in anderen Aggregatzuständen vorliegt, liegt unter anderem daran, dass zum Verflüssigen eine Temperatur von minus 253 Grad Celsius benötigt wird. Sinkt die Temperatur ein kleines bisschen mehr, wird Wasserstoff sogar fest, denn die Schmelztemperatur liegt bei minus 259 Grad. Das ist schon sehr nah am absoluten Nullpunkt. Wasserstoff ist bei Raumtemperatur relativ reaktionsträge und wird erst bei hohen Temperaturen reaktionsfreudig. Um die Reaktivität besser verstehen zu können, werfen wir einen Blick zurück ins Periodensystem. Die Ordnungszahl 1 und die Position in der ersten Periode und der ersten Gruppe verrät, dass Wasserstoff eine Elektronenschale mit einem Valenzelektron besitzt. Die Struktur ist also sehr einfach und besteht lediglich aus einem Elektron und einem Proton. Jetzt kostenlos testen! 1